Ich zeige euch die aktuell drei beliebtesten Fußballschuhen, die es auf dem Markt gibt. Angefangen mit dem Schuh von Neymar, und zwar der Puma Future Set. Natürlich für die kreativen und agilen Spieler, sprich für alle, die natürlich auf den Spielstil von Neymar setzen. Mit dabei natürlich auch für die schnellen Spieler der Adidas X Speedflow mit dem Carpitex-Einsatz. Explosionsartiges Beschleunigen, deshalb bei allen Spielern beliebt, die vor allem auf das Thema Geschwindigkeit setzen. Natürlich auch mit dabei, der Nike Superfly von Kylian Mbappé und CR7 zählt zu den beliebtesten überhaupt. Und das auch nicht ohne Grund, jetzt bei uns im Deal.